Hallo meine lieben Streuselschnecken. Heute mache ich mal was, was ich sonst eigentlich noch nie gemacht habe, glaube ich. Und zwar ein Unboxing, denn ich habe was geschickt bekommen. Und ich habe keine Ahnung, was drin ist. Also ich habe schon eine Ahnung, was drin ist, aber gesehen habe ich es noch nicht. Und ich nehme mich einfach mal mit zum ersten Mal. Es ist nämlich ein Geschenk aus Polen und ich weiß nicht, was mich erwartet. Hier ist eine Herausforderung. Sicher verpackt ist es auf jeden Fall. Da ich dieses Päckchen hier von einer Firma geschenkt bekommen habe, muss ich wohl sagen, dass es hier Werbung ist. Also das ist ein Werbevideo für etwas, von dem ich noch nicht weiß, was es ist. Klingt verrückt, ist aber so. Ja. Perfekt, oder? Perfekt, hat die Kamera aufgeschnitten. Kamera spielt verrückt. Da muss ich hin. Genau, da ist er. Ich muss mal sagen, schade, dass ihr das jetzt nicht anfassen könnt. Die Verpackung innen ist ein bisschen eigenwillig. Ich glaube, die soll so nicht aussehen. Ich glaube, die soll so nicht aussehen. Das ist nämlich ein bisschen Schäpp. Ne? Aber. Da ist noch ein Zettelchen dabei. Verwendung. Brush Marker Pro. Karin. Karinmarkers.com. Aufhellen von Farben und Farbübergänge. Mhm. Füge zusammen die Spitzen eines Markers und eines Blenders zusammen. Aufreht halten für 5 bis 30 Sekunden. Sehr lustig. Um mit hellem Farbton anzufangen und bis zu vollfarbig überzugehen, den Blender bei Mischen oben halten. Habe ich denn überhaupt einen Blender? Ich habe einen Blender. Ich habe einen Blender. Ich habe das volle Paket. Blut. 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 Tja. 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 Ich würde sagen, fange ich mal mit dem Testen an. Neh? Nehme ich jetzt chronologisch die Farben. Schauen wir mal. Cool Grain. Vroom. Hey. Hört ihr dieses quietige Geräusch? Ich hoffe es klingt nun auch schön. Für Kalligraphie, Grafikdesign und Illustration. Also perfekt bei mir aufgehoben. Danke fürs Zuschauen, CoolGrey. Jetzt probieren wir mal das Blenden. Pink und Gelb, das kann ja nur gut werden, hoffentlich, aber ich bin schon voll eingesaut mit den Farben. Oh ja, das geht gut, die Farbe geht echt schnell über, so ihr seid leicht dabei, mal schauen. Interessant. Ich frage mich nur, wann die Farbe wieder ganz rausgeht. Ich probiere mal, wann die Farbe wieder komplett gelb ist. Das kann ja mittlerweile bauen. Also die Spitze ist immer noch leicht eingefärbt und wie ihr hoffentlich seht, die Schrift auch noch. Also man sieht hier noch was, ich habe jetzt relativ viel damit geschrieben, finde ich. Tja, mal sehen. Ich mache mal ein paar Strokes und schauen mal, ob das jemals wieder rausgeht. Die Spitze ist jetzt fast wieder sauber und die Linien auch wieder ziemlich Originalfarben. Was ich an den Stiften schon mal so als kurz Feedback gut finde, ist, dass man echt sieht, wie viel Farbe noch drin ist. Es ist ja bei den meisten Stiften nicht so, dass man sieht, wie viel da noch drin steckt. So, ich stelle mal scharf hier. So, jetzt seht ihr das. Da ist mal so eine kleine Luftbogel mit drin. Sieht man das? Ja, so ein bisschen sieht man es. Das heißt, da steht auch noch eine Milliliterzahl dran, wie viel noch Stift drin ist. Ich hatte den Stift die ganze Zeit zu hoch. Hier sieht man es. Und da sieht man echt dann, wie lange man noch Freude dran hat. Man könnte jetzt natürlich mal gucken, ob überall gleich wird drin ist, aber ich gehe mal davon aus. Und ich finde die Farben echt super saftig. Um es hier nochmal zu zeigen. Hallo, ich stelle scharf. Genau. Ich hoffe, man sieht, wie die Farben echt leuchten. Das ist echt der Wahnsinn. Und die Farben sind wirklich sehr, ja wie soll ich sagen, wirklich saftig. Man sieht hier zwar, dass ich wahrscheinlich nicht so das ideale Papier genommen habe, weil es ein bisschen ausfranst. Aber man hat echt das Gefühl, dass die Farben wirklich, ja, also es fühlt sich fast an, wie mit einem Pinsel zu malen, weil es super flüssig ist. Ich habe hier jetzt einen Layoutblock genommen, den man für Marker benutzt. Und ich bin damit ganz zufrieden, weil man drückt auch nicht durch, also es kommt auch nicht zu viel Farbe raus. Und ja. Also das sind die Brushmarker Pro von Karin Markers. Das ist, soweit ich weiß, eine Marke aus Polen, die ganz neu ist. Und ich muss sagen, die haben ihren Job schon ganz gut gemacht. Vor allem halt, was ich halt echt super finde, ist, dass man hier sieht, wie viel Farbe noch drin ist. Das hat sonst kein anderer Stift. Und das ist der Wahnsinn. Das ist der fucking Wahnsinn. Ja. Da das mein erstes Unboxing war, würde ich mal sagen, ihr schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen soll. Weil ich habe keine Ahnung, was ich hier noch besser machen kann, damit die Videos halt interessanter werden. Ich bin halt noch so ein kleiner Unboxing-Moop. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr besser haben möchtet. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao. Also, da ich es ja gerade hier auseinander genommen habe, würde ich als Verbesserungsvorschlag vielleicht sehen, dass man nicht Pappe nimmt, weil es schon sehr ramponiert bei mir angekommen ist. Deswegen sind hier auch alle Stifte so schepp in dem Kasten drin. Ich versuche das mal zu kleben. So, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ein bisschen stabiler. Naja. Ich glaube, ich klebe das unten nochmal fest. So, fertig. Jetzt kommt auch die schöne Box wieder zur Geltung, wenn man es aufmacht. Und hier steht alles relativ gerade. So gut, wie ich es eben hinbekommen habe. Aber die Box, da ist ein kleiner Magnet drin. Oh, das ist Verpackungsporn. Echt mal. Aha. Die Box haben sie gut gemacht. Diese Aufstellerchen da drin könnten noch ein bisschen verbessert werden, zum Beispiel aus stärkerem Papier. Hier geht die Box schon ein bisschen kaputt. Das kann aber am Versand gelegen haben, weil es kam ja aus Polen hierher und wurde schon im Postauto ein bisschen durch die Gegend geschmissen bestimmt. Aber ich muss sagen, die Marker sind schön. Die Verpackung ist der Wahnsinn. Die Farben leuchten und sind so saftig. Habe ich schon mal gesagt, dass die Farben saftig sind. Ja, aber ich habe mich eigentlich schon verabschiedet. Dann sage ich mal Ciao. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auch auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao.